Hi, ähm, ich bin vom Essen wieder zurück, ich bin so voll, ne? Glaubt ihr nicht. So, jetzt. Ähm. Boah, ich bin echt so voll. Puh, jetzt muss ich mit vollem Magen let's playen hier. Ja. Oh mein Gott. Ich habe mich... Wo ist das? Cool. Ähm, ich habe mich dabei ertappt, wie ich das Wort let's playen benutze. Äh, nicht schlimm sowas. Hasse das Wort. Oh, nöööö, Selbstmord-Attentators. Aber von hier aus hat er wieder Vision. Die Sniper, die... Die ist echt richtig geil, ey. Hat sich kein bisschen... Ich sehe Nix. So, dich kriege ich. Ach! Nein! Ah, die Sonne blendet. Oder der Mond oder was es ist. Das ist der Mond eigentlich. So. Jetzt habe ich das Ganze hier gesäubert. Muni ist genug da. Ja, okay. Sniper Muni vielleicht nicht. Äh. Was sollte ich nochmal machen? Ah ja, genau. Hier, der Map folgen. Dafür muss ich hier lang. Ist ja gar nicht vertrauenserweckt. Ah ne, hier war ich schon. Da sehe ich schon Tote. Na gut, diesmal ist es wohl offen oder so. Ich habe keine Ahnung, wieso dann Toter ist. Wer habe ich denn gerade weggesnipert? Ach, hier sind wir. Ach so, wir sind draußen jetzt wieder. So. Wie bekomme ich das jetzt? Ach ne, ich muss hier rein. Meine Stimme, ey. Komm vom Essen. Sollte vielleicht nicht mehr so viel schlingen. So. Wie komme ich ins Gebäude? Das ist es schon mal nicht. Hä? Von oben noch raus irgendwie. Shit. Ja. Ich hoffe mal, hier ist ein Aufzug. Was ist das? Oder eine Waffentrohe. Was ist das? Krasses Granatendingens. Ja, schauen wir uns das mal an. Hm 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 hm. Was ist das denn? Dies scheint gut zu sein. Ach, das ist ne Pumpgun. Ja, cool. Tausch ich aus. Sieht cool aus. So, die Granaten-Mod ist ja richtig krass. Jo, das reicht dann auch. Ja. Die Granaten-Mods sind aber eher nebensächlich. Die Granaten-Mods sind aber eher nebensächlich. Nicht weglauf. Keine Panik. Sie besetzen sich mit dem Essen eine Firma. Sie ihnen verkauft. Was ist die Zeit bei der Versicherung hier? Die haben ja blöde Sprüche hier drauf. Die haben ja blöde Sprüche hier drauf. Oh. Oh. Ich bin ins. Oh man. Wenn ich mal durch Gegner sterbe, ist ja okay, aber da bin ich. WieCLos bestätigt? Was sind das? Was aufs! Was ist denn bunieren? Ohne Schmerzen! Keine ächterste solved. Häh? Wieso bin ich hier wieder? Na gut, egal. Oh. So, ähm. Wie ging's hier nochmal weiter? Hä? Hä? Ich hab ihn schon wieder vergessen, ey. Die Brücke hier, oder wie? Ist die offen jetzt? Ey, ich hasse es. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Wie ich da hinkommen soll. Wartet mal. Einfach die Ruhe bewahren. Hier sind ganz viele Gegner. Scheiße. Ich glaub, das Tor ist offen. Nee, ich komm da gar nicht drauf. Hä? Oh, cool. Ich hab einen Geheimraum gefunden. Cool. Ja, aber hier drin finde ich nichts. Geil. Hab ich ein Geheimversteck gefunden und dann ist das hier so eine Scheiße, Mann. Cool. Bin ich auf der Straße. Auf der Mauer auf der Lauer. Und weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin auf einer falschen Straße. Jetzt kommen die angekrochen. Jetzt kommen die angekrochen. Was ist das hier überhaupt, wo ich grad bin? Ah, ich muss was... Aha. Ja, ich folge dieser Straße. Die scheint richtig zu sein. Ja. Dann muss ich doch an diesen... An diesen... Jetzt... Weiß ich meinen Fehler. So, ich wollte abkürzen. Vor einer Stunde oder so. Da, wo diese Viecher aus dem Käfig gelassen wurden. Wo diese Viecher aus dem Käfig gelassen wurden. Wollte ich ja abkürzen. Beziehungsweise ich wollte die umgehen. Und dadurch ist... Der Fehler entstanden. Weil... Ey, den bekomme ich niemals tot. Ja, doch. Ähm... Ui, was macht der denn da? Es gibt noch mehrere von hier. Fuck, ey. So. Nur richtig viele Viecher hier unten. Ich glaube, das ist hier so ein... So ein... Aufkürzungs... Dingens. Ups. Na? 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 Oh. Der denn hier? Ich bin geslackt? Oder was? Nein! Ich bin geslackt. Ich bin geslackt. Na? Ellis. so muss also letztendlich doch hier rein so jetzt müssen die vier auf mich zukommen mit meiner neuen waffe wird das wohl kein problem sein aber dieses waffen modell das hat mir doch schon das langsam wiederholt sich das also so viele waffen modelle also von design ist es gar nicht also die lackierung meine ich so eine wache hatte ich doch schon ein paar mal oder nicht also ist doch so war nur jetzt so eine anmerkung finde ich jetzt nicht schlimm aber so viel vielfalt ist das jetzt auch nicht moment schau mir die waffe eben an die verbraucht drei muni pro schuss plus 1 magazin größe das heißt ich kann vier schüsse draus abschießen so jetzt kommen die harten viel hier ich bin ein hat das wohl im blitzer So. Skag! Diese Schilddinger, die sind cool, ey. Dass die gedroppt werden. Kann ich zwischendurch dann aufheben und dann überleben. So, äh. Hier ist. Ah, cool. Fünf. Sechs. Ein Savepoint, ja man. Ich komme voran. Nö. Aber die ist viel wert. So. Jetzt habe ich eine Waffe. Äh. Aufgehoben. Egal. So. Ich frage mich ja, ob hier noch... Da ist noch ein Bloodwing-Dingens. Oder wie. Ne. Das ist der gleiche, aber... Ich muss ja diese Slack-Proben hier einsammeln. Hier war ich doch schon überall. Wuh! In jeder Kiste ist ja so ein Typi dabei. Oder drin. Oder? Wuh! Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ich habe mich ein wenig erschrocken. wer rechnet denn auch in die in drei von vier kisten sind sollte diese kleinen spaß ich möchte gerne wissen wo spiegelung hier ist das denn auf dem boden wasser mich leicht irritiert gerade hier ist ein checkpoint dann kann ich hier hinein und hier sind auch schon gegner tausender schilder na gut ich verkaufe ich lege ein paar sachen ab die nicht so viel wert sind so dann schauen wir mal das ist gar nicht mal so viel wert das hier ist aber viel wert was habe ich jetzt schon eine 350 okay die sind alle die wenige wert ich muss schon langsam sortieren weil ich keine slots mehr hier großartig rein rein ein ich glaube ich wegsnipern gesleckt diesmal bin ich sauber Alter! Übertreibt mal nicht! Wo ist denn der Große? Oder wie? Was ist da? Was liegt da? Ach so. Das ist... Mann, Mann, Mann. Das ist hier dieser Schildboost. So. Das ist hier. Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen. Verbrecher. Schurken. Du wirst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder. Soffes. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott! Nimm sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Schreifle nicht. Will ich verpreist? Ich will sie allen. Ich bring euch den Zehn. Das ist sicherlich in meine Nähe. Was? Hier nicht hin, Kind. Exekutiere ihn. Ach, scheiß drauf. Okay. Maya. Was tust du, Kind? Lass mich runter! Okay, Maya ist also die Siren. Ist das die Siren aus diesem Spiel? Aus Borderlands 2. Ist das die Maya? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Das wäre knapp. Das war knapp. Wenn, wenn, wenn... Wenn der unsichtbar geworden wäre... Ich glaube nicht, dass ich dann noch aufgestanden wäre. Das wäre, glaube ich, sehr schwierig gewesen. So, ich muss hier in dieses Gebäude links. Dafür kann ich, glaube ich... Ja, ich muss auf die Brücke einfach. Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slack zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slack viele Einsatzmöglichkeiten. Das ist auch einer zum Snipern, da ist auch einer zum Snipern. Okay, das sind nur... Skacks. Level up. Level up. Uiuiui. Irgendjemand? So. Dann kann ich ja hier noch schön... ...skillen. Ach, das Schild ist gar nicht so gut. Ah! Ja, die Shotgun braucht man nicht zielen, aber das macht dann mehr Schaden. Habe ich ja gerade geskillt. Auf zwei hoch. Die heilen sich irgendwie gegenseitig. Badass-Slacks-Gag. Hahaha. Das ist der geile Name, ey. Mal den Großen erledigen. Wo sind die Kleinen? Okay, der... Das ruft doch nach meiner Snipern. Ja. Yeah. Ganz viel Zeugs. So, dann sind wir ja schon dem Bloodwing ziemlich nah. Haben aber noch eine halbe Stunde schon gebraucht, um hierher zu kommen. Wir weisen das Personal erneut darauf hin, Gespräche oder Klickkontakt mit potenziellen Testpersonen zu vermeiden. Jeder Hyperion-Soldat, der sich im Sicht gefühlt schuldigt hat, tauscht seinen Platz mit der Testperson. Schon haben wir den siebten. Gefallen sind ja wieder ankommen. Sitzen! Der Rafe kann nicht schifzenden, schreien, strecken oder weinen. Die Träfe sind ja die Reise vollständig angeklartig. Der Rafe kann man nicht schifzenden, schreien, strecken oder weinen. ich schließe noch den schatz arm weg, ey so, ich bin ziemlich nah ich bin dem typi oh shit das wehrt also, äh, dings acht echt, äh, kugeln schon mal was von der bazooka gehört oh, ich muss mal ausladen das war's? krass oh noch einer mit säure wie geil ist das denn? und da geht er down kommt noch mehr Roboter oh oh cool die Nachladeanimation ist hammer genug genug gut genug ausgewichen hier haben wir noch ein hier ist das letzte ja die ist ja blatt bring holen ist wohl irrelevant hinter mir sind zwei gegner oben irgendwo ok dafür muss ich erst mal hoch und muss irgendwie niesen naja ich nehme ich schon ich sehe nicht nichts vor lauter äh dings vor lauter muss ich denn die beine vielleicht wegschicken so du solltest dich lieber nicht hat ja 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 ja